Hallo und herzlich willkommen im Wald. Wir machen eine kleine Wald-Fragestunde, denn ein paar Leute wollten von mir wissen und da bin ich nicht der Einzige. Also der Einzige, von dem Leute das wissen wollten. Das trendet gerade so, also vergleichsweise, ein wenig im Bereich der Outdoor-Buschcraft-Survival oder wie auch immer YouTube-Szene, dass halt gerne viele Leute gerade erzählen möchten und auf den Zug aufspringen möchten. Das mache ich ja jetzt auch nicht anders. Ganz klar, klar den Trend bzw. den Hype oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte mit diesen neudeutschen Internetbegriffen, ja, den möchten natürlich der ein oder andere mitnehmen, weil bringt Aufrufe und die bringen gegebenenfalls Geld und ja, da hätte ich auch nichts dagegen, ehrlich gesagt. Also mache ich da halt eben auch gerne mit, aber es wollten auch ein paar Leute eben von mir wissen. Und ja, worum geht's? Es geht um eben Seven Worlds Wild, aber das habt ihr schon im Titel gelesen. Das ist eine, für diejenigen, die das jetzt noch gar nicht mitbekommen haben bzw. bei mir zum ersten Mal davon hören, das ist eine Aktion von Fritz Meinetke. Der hat nämlich geplant, mit sieben Nasen, sieben Tage und sieben Gegenständen in Schweden jeweils alleine zu überleben. Also die sieben jeweils für sich. Und wer als letztes übrig bleibt, so eine Art Deathmatch sozusagen, der hat gewonnen. Ja, und es gibt zwischendurch wohl noch Challenges, mit denen man Punkte sammeln kann für den Fall, dass mehr als eine Person nach den sieben Tagen noch übrig bleibt. Knackpunkt bei der Sache ist, die sind jeweils alleine. Das wird für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig sein. Sieben Tage, wenn ich hier irgendwelche Dinge fange, das sind das Mücken, nicht wundern. Sieben Tage alleine zu sein, wird für den einen oder anderen vielleicht mal eine neue Erfahrung sein. Und sieben Tage sehr wenig, nämlich nur das, was man selber finden kann. Es sei denn, man opfert einen seiner sieben Gegenstände für ein bisschen Nahrung. Ansonsten gibt es nur sehr, sehr wenig zu futtern. Das könnte also im krassesten Fall auf sieben Tage Fasten hinauslaufen und halt eben nur was zu trinken zu haben. Ja, also, das ist so grob die Sache. Und jetzt ist die Frage, erstens, was würde ich da mitnehmen, wollte man gerne von mir wissen. Und zweitens, was halte ich davon? Ja, machen wir erst mal einen kleinen Teil von zweitens, dann ganz erstens und dann den Rest von zweitens, damit es auch schön konfus ist. Also grundsätzlich gilt jetzt mal als Mensch, der schon viele Wochen in der schwedischen Wildnis verbracht hat, kann ich zumindest mal sagen, wenn man am Ufer von einem See sieben Tage erst mal einfach nur überleben möchte. Und genügend Ausrüstung zur Verfügung hat, um sich vor den wesentlichen Sachen, die in Schweden gefährlich werden können, das ist nämlich vor allen Dingen Kälte und Wassermangel. Und langfristig natürlich auch Nahrungsmangel, aber das ist halt eben erst ein Thema ab wirklich einem längeren Zeitraum, je nachdem, wie speckig man unterwegs ist, ein ziemlich langer Zeitraum bis hin zu eben einem, selbst als Mensch mit 4 Gramm Fett, nee Quatsch, 4 Prozent Körperfett oder sowas, sollte man eigentlich eine Woche fasten normalerweise ohne größere bleibende Schäden überstehen. So wirklich super schlanke Leute könnten da möglicherweise mit Muskelverlust aus der Nummer rausgehen, weil wenn es Fett alle ist, wird als nächstes Muskulatur abgebaut vom Körper. Irgendwo muss ja die Energie herkommen. Und ja, das wäre so das Schlimmste, was zu erwarten wäre, wenn also jemand, der Teilnehmende, und da gibt es so ein paar, die durchaus so aussehen, eben sehr, 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 sehr wenig Körperfett und dafür entsprechend viel energieverbrauchendes Gewebemuskeln besitzt. So, also grundsätzlich die zwei Sachen, um die man sich halt in Schweden wirklich sorgen muss. Im Sommer wohlgemerkt, trotzdem Schutz vor Wetter, Schutz vor Kälte. Es kann nachts noch relativ kühl werden. Das kann schon reichen, dass man da Probleme bekommt. Zweitens eben Wasserversorgung in Teilen von Schweden. Kann es auch mal eine recht trockene Gegend geben, wo dann noch Trinkwasser, und das vor allen Dingen auch in vernünftigen Qualitäten, gar nicht so einfach zu kriegen ist. Das wird jetzt hier allerdings nicht das Problem sein, dass an einem See mit zumindest für die einheimischen Trinkwasserqualität ausgesetzt werden. Woher weiß ich das? Habe ich irgendwelche Insider-Informationen? Nö, aber es gibt in Schweden fast nur nahezu ausschließlich Seen mit für die einheimischen Trinkwasserqualität. Warum für die einheimischen? Naja, deren Darmflora und ganzer Verdauungsapparat ist an dieses Wasser gewöhnt. Die können das problemlos trinken. Darauf hat sich der Körper eingestellt, dass das eben ihr Trinkwasser ist. Es muss nicht zwingend so sein, dass das für einen Europäer, der nahezu steriles deutsches, fast, es ist nicht steril, aber fast steriles deutsches Leitungswasser gewöhnt ist, oder Wasser aus der PET-Flasche oder was auch immer, oder Cola in meinem Fall. Ich bin da ja ein ganz mieses Beispiel, ja, also ich will da keinesfalls irgendjemand anderen runter machen, was Zivilisationsgetränke angeht, bin ich ja ganz vorne dabei an Schlimmheit. Also so ist das ja nicht. Aber trotzdem, Tatsache ist, biologisch gesehen, so ein Seewasser kann, wenn man es gar nicht aufbereitet, für einen, sage ich jetzt mal, deutschen Magen, der eben nicht an diesem See üblicherweise sich aufhält und ständig so ein Wasser trinkt, durchaus auch zum, ja, unschönen Dingen, sage ich jetzt mal, führen. Also im schlimmsten Fall wird man krank, im besten Fall gar nichts, im mittleren Fall, und das ist auch gar nicht so unrealistisch, gibt es ein paar Tage Durchfall, und dann hat man sich aber möglicherweise an das Wasser auch gewöhnt, selbst wenn man größere Mengen davon trinkt. So schlimm kann es nicht sein, sonst würden es die Einheimischen vor Ort auch nicht trinken können. So, ja, also diese zwei sind so die wesentlichen Probleme. Man muss ja bei irgendwelchen Survival-Szenarien sich immer die Frage stellen, was bringt mich als erstes um, und das, was mich als erstes umbringt, das muss ich als erstes dagegen vorgehen sozusagen, beziehungsweise mich darum kümmern, dass mich das halt eben nicht umbringt. Und das sind eben Wasser und Kälte in einem, ich sage jetzt mal, südschwedischen Szenario. Möglich wäre es theoretisch, dass das ein See ist, der irgendwo jenseits des Polarkreises liegt. Ich glaube es aber nicht. Wenn das doch so sein sollte, dann sind natürlich alle Sachen, die ich jetzt gesagt habe, gegebenenfalls nicht mehr so ganz zutreffend, aber ja. Ja, so, das also mal vorweg. Dann kommen wir zu den Ausrüstungsgegenständen, die ich da mitnehmen würde. Grundsätzlich darf man nicht alles mitnehmen, was einem möglicherweise einfallen würde, sonst würde ich nämlich als erstes mal sagen, ein Zelt. Ein Zelt ist aber verboten. Daher dann eben halt ein Tarp. Und was für ein Tarp darf man da mitnehmen? Ein bis zu 3x3 Meter und das wäre es dann logischerweise auch. Das ist wohl gedacht, ohne Heringe und ohne Schnur, vermutlich. Genaue Regeln, wie gesagt, das wissen nur die Schiedsrichter letztendlich. Und die Teilnehmer werden das natürlich auch kommuniziert bekommen. Aber mir hat es keiner gesagt, natürlich. Klar. Und dementsprechend gehe ich mal davon aus, dass damit wirklich bloß die Plane gemeint ist. Das heißt, man müsste sich Heringe aus Stöckchen zusammen improvisieren. Wie geht das? Naja, du nimmst einen Stock und steckst den, brichst den durch und steckst den in den Boden. Und dann hast du einen improvisierten Hering. Je nach Boden geht sowas dann schon rein. Möglicherweise muss man sie so brechen, dass sie eine etwas spitzere Kante kriegen, damit sie besser in den Boden gehen. Es liegen aber auch garantiert, garantiert an jedem schwäbischen See, der in Schweden ist, auch schöne Hammersteine rum, mit denen man dann notfalls auch einen stumpfen Stock relativ gut in die Erde getrieben bekommt. Oder mehrere Stöcke nebeneinander oder sonst irgendwas, mit dem man einen Hering sicherlich ganz gut improvisieren kann. Selbst wenn das gar nicht geht, dass man überhaupt keine Stöckchen in den Boden geklopft kriegt, dann legst du halt Steine dahin, wo du gerne einen Hering hättest. Und zwar ordentlich große, die dann auch ausreichen, um entsprechend Spannung aufs Tarp zu bringen. Da das Gewicht vollkommen egal ist, würde ich mich dann für ein sehr solides, robustes Tarp aus dickem Material entscheiden, das dann eben eine Beschwerung mit Steinen und bei entsprechend Wind und entsprechend Gewackel den Zug, der dadurch resultiert und die Reibung am Stein dann auch entsprechend aushält. So, jetzt muss man das noch irgendwie abspannen. Da gibt es Formen des Aufbaus. Die meisten Leute nennen das Diamantaufbau. Also quasi so in so einer Form wie so ein sterilisierter Diamant. Und das geht deswegen gut, weil hier machst du an den Ecken quasi Hering, hinten Hering und vorne kommt dann ein Stock rein, den du nach innen spannen kannst. Also schwer zu beschreiben, wenn man das nicht vormacht. Aber das hebt dann durch die Spannung des Stocks, den man da wirklich rein spannt, gegen das Material sozusagen, geht das notfalls auch ohne Schnur. Ist persönlich nicht gerade mein Lieblingsaufbau, mag ich nicht besonders. Aber gehen tut das, falls mir nicht noch in irgendeiner Form irgendwo zusätzlich noch eine Schnur gegeben ist. Weil zum Beispiel an der Tasche, mit der man seine Ausrüstung transportieren darf am Anfang, da ist vielleicht noch eine Strippe dran oder sonst irgendwie. Aber wenn es ganz ohne Schnur sein soll, dann müsste es so einen Diamantaufbau entsprechend tun. Da gibt es diverse Tutorial-Videos auf YouTube. Da würde ich mir dann gegebenenfalls auch nochmal eins angucken, weil ich eben diese Diamantgeschichten normalerweise nicht verwende. Aber das ist das Thema Tarp. So, jetzt hätte ich eine Isomatte mitgenommen, darf ich nicht. Also nehme ich halt nur einen Schlaßsack. Und ansonsten gibt es in Schweden beispielsweise Rentierflechte oder Weißmoos. Sind beides, sofern sie gerade trocken sind. Wenn nicht, müsste man halt warten, bis sie trocken werden und sich so lange was anderes überleben. Beispielsweise ein Stück vom Tarp als Bodenunterlage nehmen. Oder einen Haufen Kiefernadeln aufhäufen. Und da dann halt eben drauf nächtigen, um eine Isomatte zu improvisieren. Aber im Idealfall für eine langfristige Geschichte und wenn es gerade trocken ist, wenn man ankommt natürlich. Ja, wenn es später dann mal regnet, ist das Zeug ja unterm Tarp. Würde sich anbieten Rentierflechte oder eben Weißmoos als wunderbare, in riesigen Mengen verfügbare Unterlage, die man dann sich eben in seinen Tarp auf den Boden schmeißt und dann auch eine gemütliche Liegefläche hat für den Schlaßsack. Das Schöne übrigens am Diamantaufbau von dem Tarp ist, dass man zum Teil, also Teile des Tarpmaterials auch als Bodenfläche gleichzeitig noch verwenden kann. Dann könnte man sich noch überlegen, wenn man zum Beispiel größere Schwierigkeiten hat, auf so einem Naturmaterial direkt mit dem Schlaßsack zu liegen, ob man das Naturmaterial nicht unter die Tarpfläche, die man im inneren Bereich als Boden zur Verfügung stehen hat, drunter packt und dann quasi auf seinem Tarp liegt und dann nicht so sehr mit den möglicherweise sich in den genannten Materialien befindlichen Kriegviechern in Berührung kommt. So, was für ein Schlaßsack? Na irgendwas Warmes. Es ist ja Schnurzpiep egal, welche Ausrüstung bzw. welches Exemplar der Ausrüstung, dann würde ich auf jeden Fall sicherheitshalber einen deutlich wärmeren Schlaßsack als zu erwarten notwendig ist mitnehmen, weil wenn es nichts zu fressen gibt, dann heizt du auch nicht gescheit und dann gelten die normalen Temperaturwerte für die Schlaßsäcke ohnehin nicht mehr und das heißt, ein 1, der minus 10 geeignet ist, hilft dann nur noch bis 0. Irgendwie so um den Dreh darf man das auf keinen Fall vernachlässigen, dass man halt eben, wenn man nichts futtert, auch den Schlaßsack nicht gescheit aufheizen kann. Daher muss es wirklich ein ordentlich warmer Schlaßsack sein, auch wenn bei den Sommertemperaturen im August in Südschweden vermutlich eben, wie gesagt, das ist reine Spekulation, ich weiß das nicht, aber vermutlich Südschweden werden die Temperaturen wirklich nicht so knallekalt sein, und diese Seen liegen jetzt auch meistens nicht gründerlich groß oben im Gebirge, das wird kein Fjellsee sein, sondern eben einer im Flachland und da ist nicht damit zu rechnen, dass es da wirklich, wirklich knallekalt wird, trotzdem, also mindestens bis minus 10 würde ich einen Schlaßsack nehmen, der eine entsprechende Komforttemperatur hat, wenn einem das dann an manchen Tagen doch zu warm sein sollte, dann lässt man halt mehr davon offen und ob man den dann notfalls noch ein bisschen einschwitzt oder nicht, darauf kommt es dann nicht so sehr an. So, damit man den Schlaßsack aber notfalls noch ein bisschen offen lassen kann und damit einem eine Sache, die in Schweden insbesondere in einem See zu einer riesigen Plage werden kann und einem wirklich enorme Probleme bereitet, nicht passiert, würde ich noch ein großes Mückennetz mitnehmen. Kein Kopfnetz oder sonst wie, sondern ein wirklich großes, was man im Tarp, flächig im Tarp, überall hinspannen kann, dass das gesamte Innere des Taps unter diesem Mückennetz liegt, ja, damit ich eben des Nächten und auch des Tages und wann immer ich da in meinem Tarp sein wollen würde, dann auch verflucht nochmal vor den scheiß Krabbelviechern und Fliegviechern und Blutsaugern, die da eben wirklich massiv nerven können, geschützt bin. Das ist ganz, ganz wichtig. Also wer sagt, darauf verzichten zu wollen, der muss Nerven wie Stahl haben, dass ihm Mückenstiche nichts ausmachen. Bei den Einheimischen soll es Leute geben, die irgendwann sagen, mir ist das dann egal, nachdem ich tausendmal gestochen worden bin, habe ich mich dann langsam mal dran gewöhnt. Das findet übrigens tatsächlich statt, dass wenn man ständig von Mücken gestochen wird in Regionen, in denen die halt wirklich omnipräsent sind, dass sich dann wirklich langsam dieser Effekt des Juckens langsam abbaut. Das heißt, die saugen bei dir ein bisschen Blut, fliegen weiter und das juckt hinterher nicht, weil sich dein Körper einfach daran gewöhnt hat und du schlicht wahnsinnig werden würdest oder eben dran zugrunde gehen würdest, dass du ständig nur überall Entzündungen und Jucken und so weiter und so fort hast. Und da soll es eben Leute geben, die dann relativ immun dagegen geworden sind. Ich gehöre nicht dazu, ich würde ein Mückennetz für solche Zwecke entsprechend haben wollen. So, das waren jetzt drei Gegenstände. Dann brauchst du noch einen Kochtopf. Warum brauchst du einen Kochtopf? Damit du Wasser abkochen kannst, weil den Dünnpfiff beim Saufen aus dem See, den muss ich mir nicht geben. Also will ich Wasser abkochen. Theoretisch könnte man damit dann auch Nahrung, sofern man dann irgendwas Essbares findet, zubereiten. Aber vor allen Dingen geht es ums Wasser abkochen. So, jetzt muss man auch irgendwie, das war Gegenstand Nummer vier, jetzt muss man auch irgendwie ein Feuer zum Laufen kriegen. Da ich nicht in der Lage bin und schon gar nicht in Schweden Feuer zu bohren, dann brauche ich halt noch irgendwas zum Feuer machen. Jetzt sehe ich nicht an, warum ich da einen ollen Firestil mitnehmen soll, wenn ich auch ein Jetflame-Feuerzeug haben kann. Es geht um eine Woche. Es geht nicht um die nächsten 27 Jahrzehnte, wo man dann irgendwie einen so fetten Feuerstahl braucht, wo man die nächsten 40 Jahre Funken runterschaben kann. Sondern es geht halt eben um eine Woche. Und dann tut es definitiv besser ein Feuerzeug. Und dann hat man diverse Nöte, wie das Aufbereiten des Zunders, das Dahaben von Zunder. Was in Schweden zwar total simpel ist, weil überall Birken rumstehen. Und wenn nicht, gibt es Kiefern, Karts, Kienspan, solche Sachen. Aber trotzdem, ich würde ein Feuerzeug nehmen und damit habe ich die notwendigen Sachen auch zusammen. Ja, aber brauchst du kein Messer? Nö, wozu denn? Wozu brauche ich denn ein Messer? Ja, brauche ich eine Axt? Wäre ganz nützlich, aber nö, wozu denn? Aber man kann große Äste, wie sie als Nadelholz gerne mal irgendwo rumliegen, die kann man auch gezielt, wenn man weiß, wie an einer Steinkante, einem Baum notfalls, zwischen zwei Bäumen, Astgabel und solche Sachen, kann man die gezielt auf, ich sag mal 5 cm genau, an der Stelle durchbrechen, wo man sie durchbrechen möchte. Sind sie zu dick, um durchgebrochen zu werden, dann muss man sie auch nicht durchbrechen. Was willst du mit so einem fetten Stamm anfangen? Wozu brauchst du den? Willst du dir ein Blockhaus bauen? Wohl kaum, ne? Also alles, was so dick ist, hält für eine Hütte oder für irgendwelche sonstigen Bauprojekte vollkommen aus, solange das noch nicht halt so morsch ist. Und wenn es morsch ist, dann könntest du es auch mit Werkzeug entsprechend nicht verwenden. Und also da sehe ich keine Notwendigkeit. Ich meine, was soll ich denn? Soll ich mir einen Stuhl bauen? Okay, dann habe ich einen Stuhl. Hilft mir das jetzt irgendwie furchtbar signifikant weiter? Sitze ich lieber in meinem Stuhl oder einfach an einem Baum gelehnt, irgendwo auf einem Moospolsterchen an dem Baum gelehnt zu hocken? Das ist auch super gemütlich. Man kann sich auch einen Stein suchen, einen bemoosten Stein. Wenn nicht, bemoost man ihn halt selber. Der in Couchform dasteht. Oder irgendeine schöne Steinmulde oder sonst irgendwas. Draußen gemütlich hocken ist ohnehin nur bei gutem Wetter ein Thema. Und das kann man sich alles ohne Werkzeug improvisieren. Da sehe ich jetzt nicht, wozu ich das dann brauchen soll. Wenn man jetzt einen Fisch fangen würde. Viele werden wohl versuchen, mit dem entsprechenden Angelkit, das ihnen dann noch zusammengestellt wird und das man dann mitnehmen kann, einen Fisch zu fangen. Großes Problem beim Fisch fangen, das ich sehe. Ich habe keine Ahnung von Fisch fangen. Da bin ich jetzt nicht ganz alleine mit. Aber es gibt Gründe, weshalb man in Deutschland zum Angeln einen Fischereischein braucht. Oder einen Angelschein, je nachdem, wie man den da nennen möchte. Und diese Gründe liegen nicht nur in der ordnungsgemäßen Durchführung des Ganzen. Und in der Tatsache, dass man tatsächlich gelernt hat, was man da eigentlich tut. Sondern sie liegen auch im Tierschutz und im vernünftigen Umgang mit einem Fisch. Und wenn du keine Ahnung hast, wie du mit einem Fisch vernünftig umgehst. Oder bestenfalls ein YouTube-Tutorial zum möglichst schonenden Umgang mit dem zu tötenden Fisch, den man gerade gehangelt hat. Die du angeguckt hast. Dann, sage ich mal, besteht das Risiko. Ich sage nicht, das muss so sein. Aber es besteht zumindest das Risiko, dass das ein bisschen Fischquälerei sein könnte. Und ein Fisch ist auch ein Tier. Und ergo ist das auch meiner Meinung nach Tierquälerei. Weshalb ich gar nicht versuchen würde, ohne eine vernünftige Angelausbildung oder Fischereiausbildung oder wie auch immer man das nennen möchte, auf die Idee zu kommen, zu versuchen, da irgendwelche Fische zu fangen. Das heißt, man kann noch Beeren sammeln. Jetzt ist es aber so, das habe ich vergessen zu erwähnen, Die Regeln, die da vorherrschen, sind so, dass man sich von seinem Lager bzw. seinem Platz, der einmal zugewiesen worden ist, nicht allzu weit entfernen darf. Irgendwie 500 Meter waren da im Spiel in alle Richtungen. Ich weiß nicht, wie viel das letztendlich werden wird. Aber das ist eine Fläche, die ist für eine ganze Woche zu klein, um sich da nennenswert, nennenswert, ein bisschen natürlich schon, aber nennenswert durch das Sammeln von Beeren den Magen zu füllen. Ein bisschen, wie gesagt. Das wäre ein Anspruch, den man dann auch haben darf. Das würde ich dann gegebenenfalls auch tun, natürlich. Was kann es an so einem See geben? Üblicherweise haben wir da eine relativ trockene Vegetation, relativ steinige Vegetation, weil die Seen in Schweden, das sind alles Gletscherseen, die von der Grundmoräne ausgehoben worden sind. Das heißt, die sind sehr flach. Man kann da sehr weit reinlaufen, bevor man überhaupt tief im Wasser steht. Und eben bei diesem Scharvorgang, in dem der See ausgescharrt worden ist, als so eine leichte Mulde und gleichzeitig der Boden übrigens verdichtet oder alternativ bis aufs Grundgebirge runtergetragen worden ist, in dieser Mulde hat sich natürlich das Wasser gesammelt. Aber nebendran und auch im Wasser, bis auf die Teile, die inzwischen schon versandet sind, weil da natürlich ständig ein Sand eintragt durch die diversen Gewässer und bei Starkregen natürlich auch durch diesen, die in den See einfließen, stattfindet. Aber die Umgebung ist ansonsten sehr steinig. Punkt. Und das heißt für die Pflanzen, die da wachsen können, dass die eben mit einer recht bodenarmen, sehr steinigen, zwar gut wasserversorgten, aber steinigen Umgebungen klarkommen müssen. Und was ist das in Schweden? Die genannten Mose, Heidelbeere, vielleicht eventuell noch Preiselbeere, wobei die nahrungstechnisch nicht interessanter als Heidelbeere ist. Sollte man ein mohriges Stück erwischen, hat man erstens ein großes Problem mit Mücken und zweitens noch die Chance auf zum Beispiel Moldebeere, Rauschebeere oder Krälenbeere. Krälenbeere könnte es aber in jedem Fall auch sonst am Seeufer geben. So, das sind die genannten Beeren. Keine davon enthält besonders viel Zucker und besonders viel Kalorien. Zum Beispiel auch Blaubeeren gelten ja als super Diätfutter, weil sie eben wenig Kalorien haben. Wenn man von Blaubeeren also leben möchte, dann muss man davon jede Menge zu sich nehmen und wirklich enorm viel Blaubeere futtern. Und dafür braucht man dann auch irgendwann, über einen längeren Zeitraum zumindest, eine große Fläche, auf der man Blaubeeren sammeln kann. Und wenn man nur 500 Meter in alle Richtungen gehen kann, das ist zwar jetzt nicht nichts und da kommt schon auch eine gewisse Fläche zusammen, dann würde ich jetzt mal, ohne das ausprobiert zu haben und genau ausgerechnet zu haben, tendenziell vermuten, da auf dieser Fläche ja nicht nur und überall und vollumfänglich Blaubeeren wachsen, dass das gar nicht so unendlich viele dann sein werden. Auf keinen Fall genug, um einen dann auch noch wirklich, wirklich, wirklich so richtig mit Kalorien zu versorgen. So ein kleines Püfferchen, ein kleines bisschen Kohlenhydrate pro Tag, das kriegt man damit sicherlich zusammen. Das ist auch sehr angenehm und sehr gut. Wird sehr empfohlen bei Unterfangen, bei denen man halt sehr wenig Nahrung zu sich nimmt, dass man zumindest die Kohlenhydratbasis irgendwie zusammenkriegt, damit die Fettverbrennung besser und schneller läuft und man nicht in eben so ein Müdigkeitsloch fällt, dass man bei vollständigem Fasten ohne irgendwelche Energiezufuhr, also so gar nicht, dann kommt man recht schnell eben in so ein Loch, weil einem halt komplett die Kohlenhydrate, die versiert notwendig sind, fehlen für ein paar Tage. Danach stellt sich das dann ein, der Körper gewöhnt sich daran, dass es nichts zu essen gibt und dann ist das Problem auch wieder gelöst. Das heißt, das wäre jetzt wohl wahrscheinlich so am zweiten Tag eine Sache, die manche Leute betreffen könnte. Ja, 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 ja. Achso, ich habe noch, was habe ich jetzt dabei? Ich habe ein Mückennetz, ich habe einen Topf, ich habe einen Tarp, ich habe einen Schlafsack. Topf, Tarp, Schlafsack, Mückennetz. Habe ich noch was? Ich wollte kein Werkzeug mitnehmen. Ach, ich habe noch ein Feuerzeug. Genau, fünf Sachen. Ich habe noch ein Feuerzeug. So, und jetzt eben nochmal die Frage, wozu brauche ich jetzt ein Werkzeug, ein Messer oder sonst wie? Ich habe in Schweden noch nie ein Messer, eine Axt oder eine Säge gebraucht, um ein Feuer zu machen. Wenn man ganz lange wo bleibt, kann es passieren, dass einem irgendwann das Kleinholz ausgeht. Kleinholz, was man für Kleinholzfeuerchen verwenden könnte. Und dann wäre es natürlich von Vorteil, wenn man davon ausgeht, dass man auf seinen 500 Metern im Radius eben nicht genügend Holz findet, ohne größere Balken und ähnliches Zeug zerkleinern zu können. Dann wäre es natürlich schon ein Thema, beispielsweise ein Beizuhaben oder eine Säge. Eine Säge wäre in jedem Fall auch eine ganz gute Lösung. Andererseits, es ist Sommer. Braucht man viel Feuer? Ne, braucht man nicht. Man braucht nur so viel Feuer, dass man eben sein Wasser abkochen kann. Und vielleicht kann man auch nach und nach immer mal eine gewisse Menge von dem Seewasser so trinken, um eben die Darmflora daran zu gewöhnen. Je nachdem, wie empfindlich man persönlich individuell ist, das kann ganz unterschiedlich sein, dass man nach ein paar Tagen gar nicht mehr darauf angewiesen ist, sein Wasser abzukochen. Also auch das wäre vorstellbar. Aber ansonsten gehe ich schon davon aus, dass genügend Kleinholz zu finden wäre, um sich täglich so drei, vier, im Idealfall drei bis vier, man muss viel trinken, wenn man schon nichts zu essen hat, Liter Wasser abzukochen. Da gehe ich jetzt schon schwer von aus. Und dann brauche ich kein Werkzeug. Das Tarp kann ich so aufstellen, dann bin ich vom Wetter geschützt. Wie gesagt, ich will mir keinen Stuhl bauen. Wüsste ich jetzt nicht, wofür man jetzt da unbedingt, wohlgemerkt, Werkzeug benötigen würde. So, und damit hat man noch zwei Plätze übrig. Und da kann man sich jetzt fragen, was ist denn das nächste Problem, was einem möglicherweise zu schaffen macht. Nimmt man für diese zwei Plätze jetzt noch irgendwas zu mampfen mit? Da kommt es darauf an, was erlaubt ist. Essen wird wohl dabei sein bei den wettenärmbaren Gegenständen, nach dem, was ich gehört habe. Allerdings dann immer nur so kleine Mengen, die einfach so als psychischer Boost gedacht sind. Wenn es doch nicht nur kleine Mengen, sondern Gegenstände sind, die man essenstechnisch mitnehmen darf, in Form von Paketen oder Gefäßen oder sonst wie, würde ich mich wahrscheinlich für zwei Flaschen Öl entscheiden. Öl hat bis zu 900 Kalorien pro 100 Milliliter, wohlgemerkt. Und man hätte also mit zwei 1 Liter Flaschen Öl jeweils 9000, sprich 18.000 Kalorien zur Verfügung. Leider nur Fett. Besser wäre es natürlich, wenn da noch eine gewisse Kohlenhydratkomponente dabei sein könnte. Aber deswegen wäre es dann auch eine Option, ob man sich nicht einfach zwei sehr große Gläser Erdnussbutter in Erwägung zieht. Weil die enthält eben halt auch noch ein bisschen Eiweiß und noch ein bisschen Zucker und wäre so als ausgewogte Ernährung noch ein bisschen besser geeignet als wirklich reines Öl. Auch wenn das kalorientechnisch natürlich nochmal ein bisschen mehr bringt. Ich weiß nicht, ob das erlaubt wäre, da ich keinen Bock habe, mich da zu Tode zu hungern, beziehungsweise überhaupt keine Lust habe auf Hungern, würde das wahrscheinlich dann Gegenstand 6 und 7 sein. Jeweils ein Riesenglas oder ein Eimer oder was man halt bekommen kann und da mitnehmen darf nach den Regeln Erdnussbutter entsprechend sein. Wenn das nicht geht, dann hätte ich gerne zwei sehr dicke Bücher, weil das nächste Problem neben der Tatsache, dass man da rumhockt und hungert, ist, dass man da rumhockt und sich zu Tode langweilt gefühlt. Es ist so eine Kleinigkeit, die vielleicht ein bisschen vergessen wird hin und wieder. Die Basis Bushcraft Survival Skills, sofern man eben noch ein bisschen Ausrüstung mitnehmen darf, bestehen in Wasser finden, Lager bauen, sich vor den Elementen schützen, sich warm halten, was durch die Tatsache, dass man einen Schlafsack mitnehmen darf, ziemlich einfach ausfällt und man kriegt auch ordentlich Klamotten. Die zählen nicht als Gegenstand, die darfst du halt standardmäßig anziehen. Es war, glaube ich, Hose, T-Shirt, Schuhe natürlich, irgendeine Kopfbedeckung, eine wärmende Jacke und nochmal eine Regenjacke. Ich glaube, das war es irgendwie mit Gürtel, Hose mit Gürtel. Ja, also Hauptproblem zum Überleben in so einer Situation besteht einfach darin, sieben Tage sich nicht zu Tode zu langweilen, weil verhungern kann man nicht. Was ist mit Vitaminen übrigens und Mineralstoffen? Sind die nicht unglaublich wichtig und fehlen die einem nicht nach einer Woche? Tendenziell, nee. Jeder Mensch, der aus einer normalen Ernährungssituation mit Vollversorgung, mit entsprechenden Mineralien und Vitaminen rauskommt, sollte damit eigentlich, beziehungsweise darauf eine Woche lang verzichten können, ohne nennenswerte physiologische Probleme zu bekommen. Das heißt, das ist eigentlich auch nicht so das Thema. Insbesondere da, Blaubeeren, und davon wird es mit Sicherheit eben zumindest ein paar geben, auch einen Haufen Vitamine enthalten, insbesondere auf welche, die man in vergleichsweise hohen Dosen benötigt. Also Vitamine hat man daher und Mineralstoffe irgendjemand hatte, ich habe diverse Videos gesehen, ich weiß es also, mit Vorbereitungen auf eine solche potenzielle Challenge, ja, von Leuten, die da eben gar nicht teilnehmen. So wie mir, ich nehme da ja auch nicht teil, möchte ich auch gar nicht, davon abgesehen. Irgendwer hat gemeint, man könnte auch Steine lutschen, um sich mit Mineralien zu versorgen, das stimmt sogar, aber die Menge, die du davon wirklich unbedingt brauchst, nimmst du in so einer Region bei Aufnahme von Naturwasser, allein schon über das Trinkwasser zu dir, zumindest in den Mengen, dass es dir über eine Woche reicht. Davon abgesehen, bestimmte Mineralien wird man beim Steine lutschen in der Region auch nicht finden, das sind nämlich alles silikatische Gesteine und Calcium und Magnesium fehlen da drin vollständig. Das gibt es da einfach nicht. Beziehungsweise nur in ganz geringen Spuren, was dann von den Pflanzen aufgenommen wird, was dann vom Pflanzenfresser aufgenommen wird und tatsächlich wäre für die Ureinwohner, die es da oben gegeben hat, ein Leben als Vegetarier nahezu unvorstellbar. Oder alternativ eben tatsächlich dann doch Fisch fangen, sofern das funktioniert und über den Fisch kann man dann auch sich mit den notwendigen und Blaubeerenfisch und Blaubeeren, beides zusammen, wäre dann durchaus in der Lage, einen mit so ziemlich allen notwendigen Mineralien und Vitaminen zu versorgen, auch über einen längeren Zeitraum. Dann übrigens, ja, also ich würde dann, wie gesagt, zwei Töpfe Erdnussbutter oder zweimal Buch, einfach weil, ist langweilig. Was sollst du denn da sieben Tage tun? Und genau das wollte ich gerade noch erzählen. Eben so die Basisaufgaben des Bushcrafts und Survivals bestehen im Shelter, in der Wasserversorgung sicherstellen. Deshalb muss man immer mal wieder Feuerchen machen und sich sein Wässerchen abkochen. Fertig. Fertig. Wenn du Nahrung finden kannst, wenn du eine Chance hast, die Nahrung zu besorgen, weil du noch ein Angelkit dabei hast und willens bist zu angeln, dann kannst du das natürlich auch noch einen Großteil deiner Zeit lang tun. Wenn du das nicht willst oder aus irgendwelchen anderen Gründen nicht kannst oder sonst wie, dann besteht der Rest deiner Zeit möglicherweise noch im Beeren sammeln, im Brennholz zusammentragen und ansonsten bewegt man sich so wenig wie möglich. Aus zwei Gründen. Erstens Energie sparen, zweitens Verletzungsrisiko minimieren. Und je mehr man mit Holz rumhantiert und sich Holz klein macht und krasse Sachen baut, desto höher ist das Verletzungsrisiko. Und das ist etwas, was meiner Meinung nach viel zu kurz kommt bei irgendwelchen Survival-Veranstaltungen. Das ist extrem wichtig. Es ist vielleicht das Wichtigste überhaupt nach der Tatsache, dass man sich halt irgendwie ernähren muss, ist es aufzupassen, dass man sich verflucht nochmal nicht verletzt. Weil wenn du dich verletzt draußen ohne großartige ärztliche Versorgung, dann kann dich das umbringen. Das kann man schön an allen Tieren sehen, die so wenig Risiko wie möglich für die Bereitstellung ihrer Ernährung, insbesondere bei Raubtieren, entsprechend eingehen. Dass also ein Wolf mal ein Elch angreift, passiert nur, wenn der wirklich sehr, oder Wölfe einen Elch angreifen, passiert nur, wenn sie sehr verzweifelt sind und wenn es unbedingt notwendig ist. Und eine Situation, in der die möglichen Vorteile durch ein Elch das Risiko beim Angriff auf einen Elch übersteigen, weil es kommt nicht selten auch mal ein Wolf zu Tode, weil er halt eben vom Elch gekickt worden ist, das überlebst du nicht. Dementsprechend, daran kann man sich das wirklich ganz gut merken, dass es einfach völlig bekloppt ist in einer Situation, in der man sich überhaupt nicht leisten kann, verletzt zu werden, unnötige Risiken durch Dinge einzugehen, die ein Verletzungsrisiko mit sich bringen, aber einem nicht wirklich weiterhelfen. Erst wenn dann psychentechnisch, so sagen wir mal, okay, ich drehe jetzt gleich durch, wenn ich nicht was zu tun kriege, das Bedürfnis, nach etwas zu tun, so stark wird, dass es wichtig ist, dass man was tut, wenn man sonst geistig durchdreht, dann mag es auch das Verletzungsrisiko wert sein, was damit einhergeht. Und das hängt natürlich immer vom jeweiligen Individuum ab, wie man da jeweils vorgehen möchte oder auch nicht vorgehen möchte und so weiter und so fort. Ja, so. Abgesehen davon, dass wenn diese Challenges nicht wären, ja, da gibt es ja noch Challenges, ja, und für die wäre es vielleicht noch interessant, doch noch andere Ausrüstung als Bücher dabei zu haben, aber wenn diese Challenges nicht wären, wäre es das an dieser Stelle. Wie überlebt man sieben Tage in Schweden an einem See, wenn man einen Unterschlupf hat und einen Schlafsack und Feuer machen kann, um Wasser abzukochen? Danach ist nur noch wichtig, man besorgt Feuerholz, man guckt, dass man immer genügend Wasser hat und ansonsten wartet man sieben Tage ab und quält sich damit, dass man halt nichts zu fressen hat. Das ist nicht lustig. Und langweilt sich, das ist auch nicht lustig. Und dann sind die sieben Tage rum und dann hat man die Challenge gegebenenfalls gewonnen. Wenn man nicht, und das ist jetzt der springende Punkt, weshalb ich mir diese Challenge auch nicht zutraue, zwischendrin beschließt, boah, das ist scheiße, ich gehe wieder nach Hause. Ja, und wahrscheinlich würde mir das eben passieren, weil ich entweder zu gelangweilt oder zu hungrig bin und nicht einsehe, wozu ich jetzt eine Woche hungern soll, wo es doch Pizza gibt. Ja, so in dem Stil. Und natürlich ist das nicht im Sinne von sehr mutigem und sehr willensstarken Survival. Nö, ist es nicht. Darum sage ich ja auch, ich würde das nicht durchhalten. Ja, ich schaffe diese Challenge definitiv nicht. Es würde bei mir einfach am Sinn, also beziehungsweise ich würde irgendwann feststellen, selbst wenn ich jetzt sage, oh ja, das ist eine coole Veranstaltung und das macht Spaß und da kann ich allen Leuten mal zeigen, was ich drauf habe und so weiter, das denke ich vielleicht ein paar Stunden und danach fange ich an, Hunger zu kriegen. Und dann habe ich keine Lust mehr. Also so würde das wahrscheinlich ablaufen. Wenn man tatsächlich überleben müsste, warum auch immer sieben Tage, weil dann prädefiniert Rettung eintrifft, dann kannst du da halt wirklich sieben Tage rumhocken und nichts tun und dich zu Tode langweilen. So, ja, also ich weiß nicht. Also angenommen, es kommt ein furchtbares Unwetter, dann wäre es nochmal wichtig gewesen, dass man vernünftige Tabaufbauskills besitzt, damit das Ganze stabil ist. Angenommen, es kommt ein Wildtier, das ist völlig Quatsch. Das passiert nicht. Schweden ist nicht der indische Dschungel, wo du in den Slums von Wölfen tatsächlich aufgefressen werden kannst, wenn du ein Kind bist. Das passiert nicht. Da kommt kein Elch an, beschließt, ich gehe da jetzt mal ans Ufer, oh, da ist jemand, den nehme ich jetzt auf die Hörner. Das passiert nicht. Die Chance, dass du dem Wolf begegnest, ist viel geringer als in Deutschland. Das muss man auch mal klar machen. Und die paar Bären, die es in Schweden gibt, vergiss es. Und die sind alle viel weiter nördlich und renn nicht in Südschweden rum, in den relativ siedlungsnahen Bereichen. Und Gesamtsüdschweden ist eher relativ siedlungsnah. Ich meine, natürlich kannst du den See finden, an dem du weit genug weg bist von allem, dass da Wildnisfeeling aufkommt. Gar keine Frage, das geht. Das ist gar keine Schwierigkeit. Und das ist dann auch richtiges Wildnisfeeling. Und ich möchte auch gar nicht die Wild-Komponente in den Seven vs. Wild infrage stellen. Klar, die sind da schon abseits von der Zivilisation. Gar keine Frage. Das ist machbar. Und es kommt eben jetzt im Wesentlichen für den Unterhaltungsfaktor der ganzen Veranstaltung, mal abgesehen von der Tatsache, dass das eben sieben sind und einzeln ausscheiden können und vermutlich auch werden, kommt es eben noch zusätzlich auf diese Challenges an, was das dann halt für lustige Sachen sind, die sie dann noch machen müssen. Vielleicht auch irgendwas im See nach Stöckchen tauchen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das kann dann schon sehr, sehr unterhaltsam werden. Also da denke ich schon, dass das eine coole Webserie oder wie man sowas nennt, durchaus werden kann. Finde die Idee auch wirklich ganz klasse. Ich möchte nur halt ein kleines bisschen aus der Realismus-Ecke darauf hinweisen, so die ultra krasse Herausforderung, für die man jetzt so die ultra krassen Skill braucht, um jetzt eine Woche am See zu hocken. Nee. Du brauchst Willen, damit du da halt mitmachst, weil du es halt nicht musst letztendlich. Du musst es ja nicht wirklich. Und du denkst vielleicht, das zu müssen, aber du kannst ja jederzeit sagen, ich habe keinen Bock mehr. Und das würde mich eben entsprechend aufhalten. Also das ist vielleicht die härteste Sache, die psychische Komponente, dass man trotz kein Essen das weitermacht. Ja. So. Das also meine Meinung zu der Thematik. Für diejenigen, die es interessiert hat und für alle anderen, die es sich jetzt trotzdem angeguckt haben. Bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.